Simona Simo Life – Platten für die Orthopädie-Technik Das Leben läuft nicht immer perfekt und es werden medizinische Hilfsmittel wie Prothesen oder Orthesen benötigt. Prothesen helfen, Körperteile vollständig oder teilweise zu ersetzen. Prothesen wirken unterstützend bei der Therapie, vorausgesetzt sie sind professionell hergestellt. Mit der neuen Produktfamilie Simo Life bietet Simona nun das weltweit vollständigste Produktprogramm von Plattenmaterialien für die Orthopädie-Technik an. Aus den Werkstoffen PE, PP, PETG und neu EVA. Die gute Verformbarkeit und Verarbeitbarkeit aller Simo Life-Platten gestattet es, passgenaue Orthesen- und Prothesenteile anzufertigen. Entdecken Sie Simona Simo Life!